...einen Dreifachseil zu hoch, also Abgang, geturnt haben, ohne eine Riesenfelge dazwischen. Also im Grunde ein sensationeller Übungsteil. Wir wollen schauen, ob er dies heute auch in seinem Programm hat. Jetzt im Augenblick habe ich kein Bild. Ich weiß nicht, wie es zu Hause ist. Ich höre, zu Hause ist Bild, ich kommentiere also weiter. Wunderschöner Salto mit ganzer Drehung. Und der Dreifachsalto. Auch so war dieses Programm einwandfrei. Eine hervorragende Übung, die uns Valerie Liukin, dieser junge und vielversprechende Tonner aus der Sowjetunion, hier gezeigt hat. Ich höre, dass im Augenblick wohl die Zeitlupe kommt. Wir hier haben kein Bild auf unserem Monitor. Es ist überhaupt nichts zu sehen. Ich kann Ihnen dann natürlich auch die Zeitlupe nicht kommentieren, wenn ich nicht weiß, was im Moment gezeigt wird. Es tut mir leid. Der Abgang also noch einmal der Dreifachsalto zum sicheren Stand. 9,9 Punkte, die mit einigen Pfiffen begleitete Wertung für Valerie Liukin, der natürlich mit dieser Leistung nun langsam zum Favoriten dieser Europameisterschaften wird. Das war's für die Zeitlupe nicht ganz. Vielen Dank.